Hallo. Hallo. Ich dropp meine Spitzhacke irgendwie jedes Mal. Keine Ahnung warum. Oh. Wo müssen wir denn lang? Hier, hinten. Du Fein. Ja, such. Such. Ich mach gleich PvP an. Traust du eh nicht. Ich weiß nicht mal die Game Rule. Traust du dich eh nicht. Gibt's glaube ich keine. Muss man in der Server-Config machen. Doch, das gibt's. Das gibt's glaube ich. Echt. So. Ja. Aber ich kann die Höhlen und so sehr. Es gibt alles mit Game Rule. Ich glaub mein Chunk. Nee. Äh, wann bist du denn? Da hinten. Irgendwo im Dschungel. Bist du dir da hinten dann? Ja. 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 Nee. Gibt's voll Dorst, Mann. Das ist echt schlecht mit Ziffern. Voll Dorst. Ich glaub ich ihn voll. Ich geh gleich mal zum Kühlschrank und kurz was trinken. Ja. Mal ebenso in der Aufnahme. Genau. Ist mir egal, Mann. Ich bin. Weil ich nicht weiß, worüber ich reden soll. Genau. Dir fällt schon was ein. Nein, mir fällt nichts ein. Du musst mich stark trollen. Ah, da hinten müssen wir noch. Wo bist du überhaupt? Ach der. Hui. Aua. Knisch ja kaputt. Ich muss ins Krankenhaus. Ja. Das müssen wir erst noch bauen, ne? Verdammt. Welches Krankenhaus? Hä? Ich weiß ja auch nicht, wenn du, ob du nach dem Äther noch weiter Vanilla zocken möchtest. Äh. Unsere Let's Show-Welt wollten wir noch ein bisschen weiter bauen. Mh. Da brauchen wir eh noch Jahre für. Ja, aber das ist ja ja. Da können wir ja. Ich meine, wir haben ja nach dem letzten Let's Show noch nicht mal. Da können wir ja Vanilla da mal weiter bauen. Ach so. Ohne Cheaten und so. Weißt du so? Weißt du? Ohne Game Mode, meinst du? Ohne Game Mode. Ohne Game Mode. Und da gehen wir dann in irgendeine abgelegene Region und da bauen wir da ein bisschen mit. Okay. Oh, hier ist der Lava, der, der, der Obsidian. Der Lava Duke. Nukem. Duke Nukem. War auch geiles Spiel. Nee, hab ja auch auf der Festplatte. Könnt ihr auch mal das sein. Duke Nukem ist forever. Dieses Duke Nukem 3D oder so? Nee, forever. Das Neue? Duke Nukem forever, yup. Was gleich im Steam? Im Steam? Nee, hab ich schon auf der Festplatte. Ach so. Könnt ich mir aber auch mal einen Team kaufen, ne? Weil ich schmack's irgendwie, wenn man alles auf einem Steam hat. Ich find den Humor irgendwie richtig geil. Naja. Von Duke. Der ist echt Hammer. Als genau dein Geschmack war. Ja. Ja. So richtig dreckig. Hm. I got balls of steel. Bitch. Ah, hier kommen wir nicht hoch. Fällt mir dazu ein. Egal, wir kommen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Hier kommen wir hoch. Hm, komisches Motto. Irgendwie ist das strange, dieses Motto. Boah, er kann's ja auch nicht ein Dreieck zu einem Viereck machen. Ach so, das kann man ja gar nicht mehr. Dammit. Komm rein, komm rein. Ach, ich hab den Axt gemacht. Warum hat der eigentlich kein Schild mit Beschreibung hier? Warte. Weil man keine Schilder, glaub ich, an Glas platzen kann. Doch, doch, kann man. Da, 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 da. Ist jetzt mal eben eins. Warte. Da, 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 da. Bestimmt kommt jetzt irgendwas komisches. Nee, Moment. Ich muss noch mal in mein Inventory hier lernen. Irgendwas komisch. Willst du mal die Erze schmelzen? Nein. Doch, halt mal. Muss man das Ganze erstmal. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, ja. Aus dem Ofen. Hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich glaub, das geht gar nicht alles. Guck gleich. Das kommt da rein. 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 Wie ging denn das? Die Wanne ist voll. Ja, so ging das, glaub ich. Was? Ja, du kennst das nicht? Nein. Du hast echt, was verpasst du in deiner Kindheit? Aha. Ich glaub nicht. Doch, hast du. Nein, ich glaub nicht. Doch, hast du. Ich glaub nicht. So, ich geh jetzt mal. Three a pace, Babo-Schwert. Ich geh jetzt mal, äh, ich mach mal jetzt ne Diamantschaufel. Gib mal her, hier, du Babo. Ich hab keine Diamanten. Doch, hast du. Nein, ich hab keine Diamanten. Hast du wohl? Ich hab keine Diamanten. Wo hast du die denn hingesteckt? Keine Ahnung. Ich hab die nicht mehr. Komm, gib schon her. Ich hab die... Du wolltest dir was zu trinken holen. Ja, jetzt erst mal ablenken, ne? Komm, gib mal her. Ich brauch ne Diamantschaufel, Mann. Ich hab... Ach, da sind die weg. Ich hab die grad wirklich nicht gesehen. Alter. Die sind blau leuchten. Wie kann man die nicht sehen, Mann? Nein. Den anderen behalte ich. Kommst du eigentlich mittlerweile mal auf die, auf die Dinger hier klar? Auf die... Nein. Auf die Werkbanken? Nein, ich vergesse die immer. Ich geh dann immer unten. Wie findest du eigentlich, äh, die, naja, die Wasserkonstruktion da oben für die Tränke? Das ist eigentlich ziemlich gut gelöst für den wenigen Platz, den wir haben. Oder findest du nicht? Ja, 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 er stimmt mir zu. Ja, aber zu 100% stimme ich dir zu. Komm, oh ne Level 12 Verzerberung. Effizienz 2. Ja. Wurdest du schon immer mal haben? Naja, eigentlich nicht, aber egal. Effizienz 2 auf ner Schaufel ist schon ganz cool. Das bringt Effizienz. Ach, schneller Abbau, ne? Ja. Dann geht dir aber auch schneller kaputt, dass er... Naja. Naja. Kacke ist das. Und wie haben wir das Strings? Sonst... Hätte man den hinterlöschen sollen. Warum? Weil... wir hier fast alles abgebaut haben, vorm Quachzähl. Echt? Ja, 16. Ist ja mies. 16. Das ist ja mies. Ich mach auch mal ne Verzauberung. Ey, hier sind die Geister schwarz. Schwarze Geister, schwarze Geister. 6. Smite 1. Wow, jetzt hat man zwei Gründe, Angst vor denen zu haben. Weil die schwarz sind? Nein. Weil sie Geister sind. Weil sie schwarze Geister sind. So easy. Alter. Damit sagst du gerade das Schwarze, dass du vor Schwarzen Angst hast. Nick stole my bike. Alter. Das... Das... Du... Kennst du das? Ja. Das ist geil. Okay. Ich hab mir mal die... Nicht die 10 Sekunden... Nicht die 10 Stunden, sondern 10... Ich hab mir die 10 Stunden Version gegeben. Die 10 Minuten. Danach... Hatte ich einfach... Und du musst mir noch... Nigger stole my bike. Nigger stole my bike. Nigger stole... Stole my bike. Bike. Nigger stole my bike. Alter 10 Stunden? What the fuck? Das war die geilste Session meines Lebens. Wirst du aufnehmen sollen. Und dann nimmt jemand auf, wie er sich das anguckt, wie du es anguckst. Das gibt's auch. Kennst du das? Nyan Cat. Der hat jemand aufgenommen, wie er sich Nyan Cat anguckt. Und dann hat sich noch jemand aufgenommen, wie der Typ sich 10 Stunden von Nyan Cat anguckt. Lol. Verstehst du die Logik? Ne. Aber egal. Geil. Dafür bin ich zu ungebildet, ne. Oh, hier ist Lava in der Wand. Ja, ich brenne. Geil. Ich bin so heiß. Hm. Lol. Das war echt komisch gerade. That's really gay. Kratze ich jetzt ab? Wenn ich jetzt abkratze, ne? Done? Ich kratze ich ab. Flippig aus. Oh, über jetzt. Richtiges. Hab, auf, abrigen. Richtiges. Läw. Duh, 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 duh. My bike. Duh, 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 duh. Ist das Portal aus? Ich glaub... Wenn das Portal aus ist. Ja, das Portal ist aus. Das Portal ist aus. Wir sind die jetzt für immer gefangen. Nein. Ist das alles Ding, What if I am Neda? Ja. Nein, ich glaub dir nicht, du trollst, du trollst, troll, 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 troll. Du bist im Neta. Oh nein, sag, dass es nicht wahr ist, sag, dass es nicht wahr ist. Du bist im... Ich bin im Neta. Na, wie geht's dir? Feuerzeug, geht das noch? Du musst dir nur ein Feuerzeug geben. Ein Monster, Moment. Du musst dir nur ein Feuerzeug geben. Und dann sollten wir das schleunigst mal Corralstone oder so drum bauen. Ich glaub nicht, dass es funktioniert. Ich probier's aus, aber ich glaub's nicht. Oh doch, es funktioniert. Und ich hol jetzt Corralstone. Ich hab noch ein bisschen Erde dabei. Ah nee, Erde funktioniert nicht. Nee, Erde nicht. Erde können die zerschießen, ja. Dann hol mal Corralstone. 4 Corralstone. Am besten 2 lag ich. Ah. Am besten 2 lag ich, genau. Wie bei Mama. Das ist kein Klopapier. Liegt Gaston. Geht tot. Aua. Also ich muss sagen, dafür, dass wir jetzt erst einmal gecheatet haben. Das ist ganz gut. Läuft das erstaunlich gut. Neu. Ja. So, Level 15. Kann mir ja noch was verzauern. Bist du zu Hause? Nee. So. Nick, das ist doch mal bei. Du findest es auch geil. Gib's zu. Das ist richtig geil, Mann. Aber auch richtig rassistisch. Ja. Obwohl es KSI geteilt hat. Und KSI ist der schwärzeste Schwarze, den ich auf YouTube kenne nach. Nein, vor Alberto. Alberto. Was ist echt jetzt? Ja. Was ist echt jetzt? Musst du einfach mal eine KSI suchen. Das ist auch ein geiler Typ, Mann. Das war auch nicht deutsch, aber... Leck mir die Eier! Wurde ich gerade weggeschleudert. Trotz dem Hammer. Nein, ich hab nichts gegen Schwarze. Mein bester Sklave war schwarz. Was? Ja. Ist so. Was ist da los? Boah, das Portal ist schon fast wieder abgelippelt, Alter. Alter, mach jetzt Coverstone da drum, Junge. Ich mach... Nein! Nein, nein, nein! Schieß doch nicht auf das Portal! Drecks Teil! Alter, ich schwör dir, ne? Level 22 übrigens. Oh, scheiße war das knapp. Alter, jetzt mach keinen Scheiß! Ah! Wo bist du denn? Ja, ich... Sammle noch Quarz! Ja, weißt du wie knapp das gerade war? Dann mach halt! Ich baue doch schon, aber diese... Kackviecher, da kacken mich grad an! Diese Kackviecher kacken mich an! Aha! Ja, ich glaub, das ist... Das ist kein... Feuerball, was da rauskommt, das ist ihre Kacke, Mann! Genau! Weil die so kacken sind! Die brennt! Ja! Brennt deine nicht? Ab und zu! Weißt du? Also das ist doch ganz normal! Ne! Normal ist es eben nicht! Lass uns das Thema wechseln, okay? Ja! Wär besser! Für uns alle! Nein! Mein Spitzhack ist im Arsch! Glaublich hab ich drei Sticks Quarz! Whatever! Was wir eh nicht brauchen! Ich komm zurück! Geh, wir können dann mal irgendwas... Style-Mailer-mäßiges... Nein! Doch! Nein! Nein! Komm her, du Scheiße! Jetzt hab ich genug von dir ernsthaft! Komm her, du kleine Scheiße! Hallo! Hallo! Treff ich dich auch mal? Siehst du lustig aus? Was? Ich kann den nicht treffen! Ich weiß! Jetzt will er Lava! Lava! Fast in die Lava! Ah! Hallo! Dropst du auch mal eine Träne? Verdammte Scheiße! Ich glaub die droppt's nur, wenn du die mit dem Feuerball zurückschießt! Nein! Das will ich nicht! Nein! Äh! Äh! Wo geht's denn hier rein? Auf der anderen Seite! Ah! Cool! Auf der hinteren Seite! Nice, 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 nice! Machen wir mal ne neue Spitzhacke, ne? Und ich such Quarz! 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 Aber vorher mach ich dann eine Aufnahmepause. Alter, mein Mund ist so trocken. Ich brauch was zu trinken. Junge. Aufnahmepause, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Yeah! WTF! Wiedersehen! Hah! Kur jeste! ...